Ja, ihr dürft Platz nehmen. Vielen Dank euch für den Lobpreis, den ihr uns weggeleitet habt. Ja, der Daniel hat es schon spannend gemacht. Gerechtigkeit und eben, es ist ein Riesenthema und ich kann das nur ankratzen. Und ich kann es auch nur von, oder ich möchte es auch nur von der biblischen Seite beleuchten. Genau, und du hast auch schon darauf hingewiesen, auf diese Kiste hier. Und du wirst gar nicht, was dahinter ist. Das reicht ja eigentlich schon aus. Nur eine Kiste auf die Bühne zu stellen und die Zuschauer sind schon erwartungsvoll. Also das erhöht eure Aufmerksamkeit, wenn eine Kiste auf der Bühne steht. Es müsste gar nichts drin sein. Ich weiß, ihr seid schon aufmerksamer, wenn eine Kiste auf der Bühne ist, als wenn ich keine Kiste auf der Bühne hätte. Aber ich habe es dabei, auf jeden Fall. Ja, es ist gut hier zu sein und es ist gut, dass ihr eure Zeit investiert heute Morgen, um in den Gottesdienst zu gehen. Ich denke, das ist gut eingesetzte Zeit. Morgens in den Gottesdienst zu gehen. Und ich habe euch was eben dabei. Die Woche vorbereitet habe ich mir gedacht, wie könnte ich das vielleicht symbolisieren, mit was zum Gegenstand. Und da kam so das Bild von einem Glas und dann fiel mir ein, ich habe mir sogar ein Glas mit Haaren. Genau, und ich nenne das mal mein Zeitglas. Ich tue einen Wecker rein. Ich habe mir überlegt, ob ich den Wecker stelle, das soll auf halbe Stunde. Dann wüsste ich, wann ich fertig sein muss, weil ich weiß nicht genau, ob ich mir eine Zeit hinkomme. Aber das wäre jetzt so das Zeitglas. Und jeder von uns hat 24 Stunden Zeit jeden Tag. Jeder. Jeder hat 24 Stunden Zeit. Und das ist gerecht. Niemand hat 25 Stunden oder einer nur 23 Stunden. Jeder hat 24 Stunden Zeit. Die Zeit zu gestalten, wie er möchte. Da habe ich mir auch noch so Kugeln gefunden, die ich nämlich brauche. Die nehme ich heute Morgen. Genau, wir füllen dieses Zeitglas ganz unterschiedlich. Wir gehen arbeiten. Oder wir haben Freizeit. Oder wir gehen einkaufen, wir verkaufen, wir ruhen aus, wir besuchen jemanden, wir machen Pause. Wir machen so viele Dinge und füllen dieses Zeitglas mit allen Dingen, die wir jeden Tag machen. 24 Stunden, dann gibt es eine Zeit, wo wir ausruhen. Und das Zeitglas von uns sieht jedem seines anders aus. Kein Zeitglas ist gleich, wie das von jemand anderem. Und ich weiß nicht, wie dein Zeitglas die letzte Woche gefüllt wird. Dein hat gesagt, seines war sehr voll bis oben. Ja, wenig Zeit zum Ausruhen. Viele Dinge, die eigentlich passieren. Und obwohl wir alle 24 Stunden Zeit haben, sind die eine erfolgreicher und die anderen sind nicht so erfolgreich. Die einen sind glücklich, die anderen sind nicht so glücklich. Manche sind sportlich, manche sind nicht so sportlich. Das hat dann was damit zu tun, wie ich meine Zeit schlussendlich einsetze. Manche sind intelligenter, manche sind gesünder wie andere. Lebensumstände entscheiden mit, wie ich meine Zeit einsetze. Und nicht jeder hat die gleiche Voraussetzungen. Der eine hat zum Beispiel vielleicht ein großes Erbe bekommen. Und hat finanziell jetzt ganz andere Möglichkeiten. Und dann wird er seine Zeit anders einsetzen können. Der andere hat eine bessere Ausbildung, eine höhere Schulbildung. Bekommt einen besseren Job vielleicht. Und kann seine Zeit jetzt vielleicht auch effektiver einsetzen. Der eine ist krank, hat körperliche Einschränkungen. Kann manches nicht so tun, wie er es gern tun möchte. Und dann gibt es ja unglaublich viele Filme, die man anschauen kann im Internet, wie wir erfolgreicher werden, wie wir glücklicher werden, wie wir unsere Zeit besser einteilen können oder das Maximale aus unserem Tag herausholen können. Wie füllst du gerade dein Zeitglas aus? Denn nicht alles hängt eben an Umständen. Manches hängt auch daran, wie erfolgreich das wir sind, welche Entscheidungen wir in unserem Leben treffen. Da ist die Frage, wie triffst du deine Entscheidungen? Wenn du eine Entscheidung triffst, wie fülle ich dieses Glas, diese 24 Stunden heute aus, was ist so die Grundlage, auf welche du deine Entscheidungen triffst? Was hilft dir, gute Entscheidungen zu treffen? Was packen wir rein? Wie effektiv sind wir in dem, was wir tun? Manchmal fragt man sich vielleicht auch, warum gelingt bei dem einen das Leben so gut und bei mir gelingt es nicht? Oder bei mir läuft so viel falsch? Oder warum ist es so gesegnet und ich bin nicht so gesegnet? Auch hier kommt wieder so Gerechtigkeit, dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Für vieles können wir nichts. Aber die Entscheidung, die du triffst an dieser Woche, wird er schlussendlich zeigen, was kommt aus dem Hahn unten noch heraus. Was wird daraus entstehen? Aus deiner Entscheidung, die du triffst. Und manchmal staune ich mir, weil wir Menschen beobachten, die richtig weiße Entscheidungen treffen. Und wir denken, boah, das war eine richtig gute Entscheidung. Woher hat er das gewusst? Woher hat er gewusst, dass er jetzt diese weiche Stelle muss und dass das dabei rauskommt? Und wir staunen über gute Entscheidungen. Und manchmal, das kennt er auch, da treffen Menschen eine Entscheidung und mir schlägt die Hände um den Kopf zusammen. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Weißt du, was daraus jetzt entstehen wird? Und dann sind manche beratungsresistent, sagt man, das spricht noch rein und versucht sie vielleicht noch zu helfen, andere Entscheidungen zu treffen und sie bleiben aber stur. Und du denkst, was wird hier rauskommen aus diesem Hahn, wenn man denn auftritt? Es hat mit Weitsicht und mit Weisheit zu tun, mit Erfahrungen, die wir gemacht haben. So können wir uns auch gegenseitig helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Warum bin ich auf dieses Thema heute gekommen? Und ich glaube, der ausschlaggebende Grund ist, dass ich ein Gespräch unfreiwillig belauscht habe. Es ging nicht an. Sie waren so laut, dass ich automatisch zuhören habe müssen und ich war schockiert. Und ich habe manchmal darüber geredet, über dieses Gespräch, weil das hat mich so ins Nachdenken gebracht. Das ist so eine Denkweise, die so weit weg ist von mir. Und ich habe gedacht, ich muss euch das mal erzählen. Da saßen zwei Frauen, eine Mutter mit ihrer Tochter auf einer Bank im Park. Und es war schon dunkel. Es war schon, ich denke, schon halb elf vorbei. Und ich war mit ein paar Freunden unterwegs. Wir saßen eben an der angrenzenden Bank und den sich so laut unterhalten, dass ich einfach mitbekommen habe, über was das ich spreche. Und die Mutter hat irgendwann angefangen zu weinen. Und die Tochter sagt, Mama, Papa ist zu gut für dich. Er ist dein Untergang. Er macht alles für dich. Du musst nicht mal zu Hause, du musst nicht mal arbeiten gehen. Du bist nur noch zu Hause. Merkst du denn nicht, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst? Du musst viel mehr an dich denken. Du musst egoistischer sein. Nein, du bist nicht egoistisch. Du musst egoistischer sein. Du bist abhängig von Papa. Das ist dein Verderben. Und es ging immer so weiter. Und ich denke, die stinkt doch ganz sauber, die Frau. Was macht die mit ihrer Mutter? Hey, die soll da froh und dankbar sein, wenn die Eltern einigermaßen klar miteinander zurechtkommen. Warum haut die so einen Keil hier rein? Und die Mutter weint. Und ich sage, sei egoistischer. Denk nicht so viel an dich. Und dann kommt der Vater her, der auch im Park war. Und die Tochter sagt, geh, lauf weiter. Wir sind noch nicht fertig. Und der Vater denkt, können wir langsam heimgehen? Nein, geh nicht. Und er denkt, nee. Dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, Leute, können wir jetzt aufstehen und weitergehen? Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ich war so schockiert über die Tochter. Natürlich, ich habe nur ein Fetzen mitbekommen. Ich weiß nicht, was zu Hause los war. Vielleicht hat die Tochter auch recht. Auf irgendeine Art und Weise. Möglich. Aber, also ich war fix und fertig. Ich habe gedacht, so kann man doch nicht denken. Ist ja unmöglich. Und dann fragt man sich, wenn man sowas erlebt, gibt es vielleicht hier irgendwo eine versteckte Kamera oder so. Oder bin ich hier bei, verstehen Sie Spaß? Und wollte ich sehen, wie reagieren die Christen jetzt so, wenn jemand mal so anders jetzt vielleicht manche Dinge rausbringt? Aber nee, das war real. Die hat wirklich so gedacht, die Tochter. Natürlich darf jeder Mensch seine Meinung haben. Aber wenn ich höre, wie jemand Ratschläge gibt, die dazu ermutigen, sich zu trennen, jemand anderes zu verletzen und das Ich so hochzusetzen, dass Selbstbestimmung und Selbsterfahrung das Maximale ist, was ein Mensch eigentlich bekommen kann, dann steht es so weit gegen meine Überzeugungen, die ich eigentlich als Nachfolger Jesu in mir habe. Und es führte mich zu der Frage, kann sich ein Mensch unter Schmerz und Zerbruch besser entwickeln als unter Säge und Geborgenheit? Also sind Kinder, die aus einem kaputten, zerrüttelten Elternhaus herauskommen, schlussendlich besser dran, als Kinder aus einer heilen Familie? Sollen wir durch Schmerzzuführung uns gegenseitig hart und widerstandsfähig machen? Und können wir sogar durch Ungerechtigkeit uns erfolgreicher machen? Ist es wirklich so, dass wir Trübsal und Schmerz brauchen, um uns selbst zu finden? Das ist so eine andere Denkweise. Und dann merkt man, jawohl, es kippt Menschen, die wählen diesen Ansatz tatsächlich, um weiterzukommen. Michael Jackson zum Beispiel, ich denke, viele von euch kennen ihn, ein großer Musiker. Er wurde von seinem Vater gedemütigt, geschlagen. Er lebt den Liebesentzug, nur mit einem Ziel, dass dieser Mann ein großer Musiker wird und erfolgreich. Ich habe gelesen, der Vater, der hat sich eine Maske aufgesetzt, nachts, und ist ins Zimmer von diesem Kind, hat es aufgeweckt und ihn erschreckt, um seinen Grundvertrauen zu zerstören. Ein Mensch entwickelt, der nur noch an sich selber glaubt. Nur noch an sich selber. Und wir wissen, er war sehr erfolgreich, Millionen verdient, viele, viele Platte verkauft. Aber in seinem Herz war er ein verkrüppelter Mensch. Er hat sich zurücksehen nach seiner Kindheit. Er wollte noch mal Kind sein. Ich glaube, wo das eine Erziehungsmaßnahme ist, Kinder hart zu machen, entstehen Menschen, die keine Empathie mehr haben, die keine Barmherzigkeit mehr empfinden können, die nur noch an sich selber denken. Und die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft, die Jesus bringt mit Kreuz, ist für solche Menschen überhaupt nicht einladend. Sie müsste ihre harte Schale komplett aufgeben. Sie müsste lernen, wieder zu vergeben. Und sie müsste die eine Frage stellen, was dient meinem Nächsten und nicht mir. Aber sie sind anders getrimmt worden. Es geht nur um Erfolg. Es geht nur darum, was bringt mich weiter? Was macht mich erfolgreicher? Wie kann ich mehr aus diesem Leben und aus dieser Zeit herausholen? Wir sehen, wir können dieses Glas so unterschiedlich füllen. Mit guten Dingen und mit schlechten Dingen und mit bösen Dingen. Und es kommen unterschiedliche Dinge schlussendlich dabei raus. Und da habe ich mich gefragt, was sagt uns das Neue Testament? Was könnte so eine Grundlage sein im Neue Testament, wo man sagt, nach diesem Maßstab möchte ich meine Entscheidungen treffen. Was hat Jesus gesagt? Nimm das als eine Richtlinie. Treff so deine Entscheidungen und es kommt was Gutes dabei raus. Und dann kam er dieser alte Vers, altbekannte Vers und ich habe auch schon über ihn gepredigt. Ich möchte ihn heute einfach weitergeben und von ihm eine Bestätigung bekommen. Daniel hat heute Morgen in seiner stillen Zeit genau den gleichen Vers bekommen. Er hat gesagt, okay Jesus, ich nehme es als Bestätigung. Das ist heute dran. Dieser Vers, den ich euch heute Morgen einfach mitgeben möchte, als eine Grundlage, um alle Entscheidungen deines Lebens zu treffen. Aus Matthäus 6, Vers 33. Wo Jesus sagt, trachtet zuerst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch alles andere zufallen. Und im Kontext dieses Verses geht es ja um Sorge, wo Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht um Kleidung, sorgt euch nicht um Essen, sorgt euch nicht um eure Zukunft, sondern strebt, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Mach Gottes Reich in deinem Leben zu allerhöchster Priorität. Und ich habe mir dann überlegt, ich möchte euch das so darstellen, ihr habt zwei Sieben dabei. Und auf das eine Sieb habe ich draufgeschrieben, eben Reich Gottes. Und auf dem anderen Sieb, seine Gerechtigkeit. Und wie man solche Siebe verwendet könnte, um unsere Entscheidungen zu treffen. In diesen 24 Stunden, was du am Tag Zeit hast, zu sagen, ich nehme dieses Sieb und frage mich, dient es am Reich Gottes? Dient diese Entscheidung Gottes Königreich? Und nimm dieses Sieb, bevor ich diese Entscheidung treffe. Und ich nehme das zweite Sieb und sage, wird dadurch Gerechtigkeit sichtbar? Wenn ich diese Entscheidung treffe, wird dadurch Gottes Gerechtigkeit sichtbar. Diese zwei Sieben möchte ich euch doch morgen mitgeben. Und ich weiß, Bilder trägen sich besser ein als Worte, deswegen habe ich sie dabei. Zwei Siebe. Ihr kennt das Bild vielleicht von den Sieben Sieben, die man benutzen soll, um ein Gerücht zu prüfen. Das ist mir eingefallen und gedacht, vielleicht gibt es auch diese zwei Siebe. Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, um alle unsere Entscheidungen prüfen zu können. Was bedeutet Reich Gottes? Gibt es ja wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Auslegungen. Was bedeutet Reich, Reich Gottes? Unerschöpflich, das halt morgen irgendwie auf den Punkt zu bringen. Aber ich weiß, es war das Lieblingsthema von Jesus. Und als er in dieser Welt war, da hat er in seine Predigte übergesprudelt, wenn er über das Reich Gottes reden durfte. und er sucht sich ständig irgendwelche Begleiche, sei es ein Same, sei es ein Fischernetz, egal was er gesehen hat, er kam immer auf diese Vision, Reich Gottes. Reich Gottes. Gottes Reich sichtbar in dieser Welt zu machen. Das Reich Gottes war eine Vision von ihm für diese Welt. Und im Reich Gottes ist der Kern wirklich darin, was dient dir und was dient nicht mir. im Reich Gottes ist Gottes Liebe die Grundlage. Gott liebt diese Welt und hat eine unglaubliche Sehnsucht, dass Friede und auch Gerechtigkeit in dieser Welt gelebt wird. Und dass sich die Liebe Gottes ausbreitet über die ganze Welt. Nicht nur in der Gemeinde, wo man zusammenkommt, sondern morgens, sondern in deiner Familie, in deinem Beruf, in deiner Nachbarschaft, egal wo du bist, dass Gottes Liebe durch dein Leben sichtbar wird. Das ist der Reich Gottes Gedanke, dass Hass und Ungerechtigkeit ihr Ende findet. Und die Menschen so zusammenleben, wie es Jesus schlussendlich in dieser Welt vorgelebt hat, als er da war. Er selbst hat alle Hebeln und Bewegung gesetzt, damit dieser Friede in dieser Welt sichtbar wird und lebbar wird. Und dort, wo Reich Gottes gelebt wird, wird ganz automatisch auch seine Gerechtigkeit sichtbar. Jesus, er war hier und er ist ein Nazareth und er geht in die Synagoge und er hält eine Rede. Bevor er beginnt zu wirken, hält er seine Antrittsrede und das liest man in Lukas 4, Vers 16 und ich möchte euch den Vers mitgeben, denn er nimmt die Schriftrolle aus Jesaja und er rollt ziemlich weit durch, bis er bei Jesaja 61 ist. Und es ist die Grundlage für seine Mission in diese Welt und er liest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und er identifiziert sich mit diesen Worten und sagt heute, heute passiert es, weil seine Vision vom Reich Gottes durch diese Worte eigentlich bestätigt werde. Jesus, er ist der Inbegriff des Evangeliums, wo er ist, ist gute Nachricht. Und was ist die gute Nachricht hier in diesem Text, gute Nachricht für die Armen? Alle sollen genug haben. Alle sollen genug haben. Eine Vision von Jesus. Was ist die gute Nachricht für Gefangene und die Sklaven damals? Sie sollen alle wieder frei werden. Für einen Sklaven ist das gute Nachricht. Du sollst wieder frei werden. Was ist die gute Nachricht für die Blinden? Die Blinden sollen wieder sehen dürfen. Was ist die gute Nachricht für Schuldige, die sich total verschuldet haben? Sie sollen freigesprochen werden. Ihre Schulden sollen erlassen werden. Was ist die gute Nachricht für Menschen, die ihr Land verloren haben, weil sie sich so verschuldet haben? Die gute Nachricht ist, ihr sollt euer Land wieder zurückbekommen. Gott selbst kommt in diese Welt, um in dieser Welt eine neue Ordnung aufzubauen, die gerecht ist, wo jeder wieder bekommt, was er braucht, wo er Freiheit erlebt, ein neues Leben, wo er Heilung erlebt. Und Jesus bestätigt eben diese Worte und sagt, heute, heute mit mir passieren diese Worte, es erfüllt sich jetzt. und dieser Reich Gottes Gedanke, den Jesus in die Welt hineingebracht hat, wo er gesagt hat, ich bin gekommen, auf Feuer anzuzünden und ich wünsche mir so, dieses Feuer würde schon brennen. Der soll mit dir weiter brennen in dieser Welt. Dieser Gedanke, Reich Gottes sichtbar zu machen, so wie er es hier vorliest in Jesaja. Und die Vision vom Reich Gottes hängt eben immer mit einer anderen Gerechtigkeit für diese Welt zusammen, wie es die Welt kennt. Wenn es um Gerechtigkeit geht, dann ist dieser Begriff für uns zunächst die Definierung von einem gesellschaftlichen Miteinander. Du hast vorhin gesagt, eben, was steht einem Menschen zu? Ich habe ein Schaubild mitgebracht, wo das vielleicht ein bisschen darstellen kann, ganz schnell noch gemacht. Jeder Mensch hat Grundrechte. Und wenn alle Rechte gewahrt werden, darauf geachtet wird, dass jeder sein Recht bekommt, dann geht es gerecht zu, so eigentlich die Denkweise. Wir haben Gesetze, wir haben Maßstäbe und jeder soll eigentlich gerecht behandelt werden, auch in unserer Gesellschaft. Und jeder Mensch in unserer Gesellschaft hat das Recht zu leben. Jeder hat das Recht, dass sein Leben geschützt wird, dass sein Besitz geschützt wird. Und jeder von uns hat eigentlich auch das Recht zu arbeiten, hat das Recht, Freizeit zu nehmen, sich zu erholen. Und ganz oft, wie in deiner Familie, wie in meiner Familie, findet diese Gerechtigkeitsverständnisse dazu, dass man beginnt, Gerechtigkeit einzufordern. Das steht mir aber zu. Und wenn man versuche, jedem alles zu geben, was er möchte, dann entsteht noch eine viel größere Ungerechtigkeit. Wir merken, wir schaffen es nicht, allem gerecht zu werden. Unerschöpflich. Und dann haben Menschen Angst, übersehen zu werden und sie beginnen, für ihre eigene Gerechtigkeit zu kämpfen. Und werden oftmals schuldig. Sie kämpfen für ihre Gerechtigkeit und werden jemand anderes übervorteilen. Wir ringen um eine Gerechtigkeit für diese Welt, die es in dieser Welt nie geben wird. Diese Gerechtigkeit ist Utopie. Es ist gut. Wir kämpfen. Wir geben unser Bestes, aber wir werden es nie erreichen, dass die vollkommene Gerechtigkeit in dieser Welt anhand von diesem Modell irgendwo entstehen kann. Und ganz oft leben wir in diesem Modell und wir bitten Gott darum, dass er uns zu unserem Recht hilft. Dass er mitkämpft für uns. Beispiel. Ich habe gerade schon ein Beispiel überlegt. Wir haben ein paar Beispiele überlegt. Eins zum Beispiel, zur Klasse geht ins Schullandheim und sie bekommen alle einen Tauchkurs geschenkt. Und ich denke, das wäre cool, man fährt in Ferien mit der Schule und man bekommt alle einen Tauchkurs geschenkt. Jetzt gibt es das Problem, drei können nicht schwimmen. Was machen wir denn jetzt? Ich brauche keinen Tauchkurs. Und jetzt fangen sie an, ich will einen Ersatz dafür. Mir steht das Gleiche zu. Solange die anderen Kinder vielleicht schon streiten, wer hat die bessere Taucherbrille, wer hat die bessere Sauerstoffflasche, gibt es welche, die sagen, ich brauche keinen Tauchkurs. Und dann fängt dieses Ringe um Gerechtigkeit an. Es sind so viele Kleinigkeiten im Alltag und wir schaffen es nie. Wir schaffen es nie, dass wir wirklich gerecht uns verhalten können. Von daher ist Gerechtigkeit ein Riesenthema, weil man es nie erfüllen würde. Gerechtigkeit scheint immer nur dort funktionieren, wo die Gruppe genau das gleiche Bedürfnis hat. Aber das gibt es nicht. Es gibt keine Gruppe, wo jeder das gleiche Bedürfnis hat. Und dann die biblische Gerechtigkeit, habe ich auch Schaubild dabei, ist nicht von dieser Gerechtigkeit abhängig. nicht von der menschlichen Grundrechte, sondern die biblische Gerechtigkeit ist eben ganz auf Gott ausgerichtet. Warum? Weil Gott sagt, dass er gerecht ist. Deswegen ist die biblische Gerechtigkeit, so wie es die Bibel versteht, ganz auf Gott ausgerichtet. Die biblische Gerechtigkeit begreift ein Mensch, Gott ist Schöpfer. Ich bin nur Geschöpft. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde und er hält alles in seiner Hand. Gott, der Schöpfer, er hat ein Wille über mein Leben. Und nach diesem Wille beginne ich zu fragen. Biblische Gerechtigkeit beginnt ein Mensch, gehorsam zu sein. Was Gott von ihm möchte, von seinem Leben. Und in biblischer Gerechtigkeit vertraut ein Mensch darauf, dass Gott ihm alles gibt, was er braucht. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Neid entsteht, weil der andere mehr hat als ich. Und dort, wo wir Christen neidisch sind, greifen wir eigentlich schlussendlich Gottes Gerechtigkeit an. wo ein Bruder neidisch ist auf einen anderen Bruder oder Schwester auf eine Schwester innerhalb der Gemeinde, greifen wir Gottes Gerechtigkeit an, weil wir eigentlich sagen, Gott hat mich übersehen. Er sieht mich nicht. Er nimmt mich nicht wahr. Gott ist nicht gerecht. Sonst würde er mir jetzt helfen. Und ich habe mich gefragt, ob wir vielleicht manchmal auch als Christen in der Gemeinde vielleicht manchmal eher an dem Modell 1 festhängen wie an diesem zweiten Modell. Dass wir um Gerechtigkeit kämpfen und dass wir sehen, wo jemand bevorzugt wurde und wo ich benachteiligt worden bin. Und ja, und wir kämpfen darum. Und dass es manchmal gut ist, sich mal wieder bewusst zu machen, stopp, Gottes Gerechtigkeit ist ganz, ganz anders aufgebaut. In der Gottesgerechtigkeit bin ich ganz auf Gott gerichtet. Im Vertrauen, er sieht mich. Er hat mich geschaffen. Er weiß, was ich brauche. Und er gibt mir das. In der Bibel werden Menschen, die ihr Vertrauen, ganz auf Gott setzt, als gerecht bezeichnet. Ich habe euch ein paar Verse dabei. 1. Mose 7,1 Dann sagt der Herr zu Noah, geh mit deiner Familie in die Arche, du bist der Einzige unter den Menschen, der von mir als gerecht bestehen kann. Kennt ihr die Geschichte von der Sintflut, um die ging es letzte Woche, Waldkuchenfest. Und Gott sieht Noah und er sagt Noah, du bist gerecht von mir. als Einziger. Galater 3,4,6, da heißt es, denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. 5. Mose 6,2,4,5,7,6,6,6,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,8. dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unseren Gott, wie er uns geboten hat. Das Volk Israel sagt, es ist unsere Gerechtigkeit, dass wir uns an Gottes Gebote halten. Und im Neuen Testament, Römer 4, Vers 5, wenn dagegen ein Mensch vor Gott keine Leistungen vorzuweisen hat, aber er vertraut auf den, der die Gottlosen annimmt, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. 2. Korinther 5, Vers 21, Denn er hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gerecht zu sein nach biblischen Maßstäben heißt, ich vertraue ganz Gott. Ich vertraue Gott. Und das wird mir zur Gerechtigkeit von Gott. Da Gott gerecht ist und seine Maßstäbe gerecht sind, werden alle in der Bibel als gerecht bezeichnet, die sich Gottes Maßstäbe unterstellen und Gott vertrauen. Und warum ist es so wichtig, dass wir gerecht sind? Warum ist es in der Bibel so groß, das Thema gerecht zu sein? All das macht doch eigentlich nur dann Sinn, wenn es ein Urteil gibt. Wenn es irgendwann auch tatsächlich bewertet wird, wie ich in dieser Welt gelebt habe. Und ich weiß, das ist ein Thema, dafür gibt es keine Klicks im Internet. Darüber reden wir nämlich gern, dass es tatsächlich vielleicht auch irgendwann mal ein Gericht gibt, dass ein Mensch irgendwann für das, wie er gelebt hat in dieser Welt, vor Gott reden muss. Und muss sein Leben vor Gott verantworten. Wollen wir heute nicht mehr hören. Aber deswegen ist dieses Thema Gerechtigkeit so wichtig in der Bibel, dass auch Jesus darüber redet. Und er sagt, an dem Tag, wo wir vor Gott stehen werden, wird die Frage sein, auf was war dein Leben ausgerichtet? Hast du Gott vertraut und hast du nicht Gott vertraut? Und dass die Menschen, die Gott vertraut haben, vor Gott als gerecht bezeichnet werden. Und Jesus macht deutlich, dass ihm die Vollmacht von Gott gegeben wurde, ist, am Ende Gericht zu halten. Unsere Leben zu bewerten, die Zeit, die wir investiert haben, unsere Entscheidungen, das mal zu bewerten. Ich lese euch jetzt noch ein Vers vor zum Abschluss, oder ein paar Verse, aber mir ist wichtig, dass wir das in dem Zusammenhang noch hören. Aus Johannes 5, Vers 24. Sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hört und glaubt. Jesus vertraut. Ist Jesus ganz deutlich und sagt dann am Ende, langt es aus, um durch das Gericht hindurch zu kommen. Um zu leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören, werden die Stimme des Sohnes Gottes. Und die, die sie hören, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die er Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Versteht ihr, das Thema Gericht ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Bibel. Gerechtigkeit. Ein Leben zu führen, das gerecht ist, was wir nie schaffen nach menschlichen Maßstäben. Wir schaffen es nicht. Unmöglich, ein gerechtes Leben zu führen. Und deswegen sagt die Bibel, ein gerechtes Leben von Gott ist nicht derjenige, der alles richtig macht, sondern der ganz Gott vertraut. Dass ein ganzes Vertrauen auf Gott setzt, der wird in der Bibel als gerecht bezeichnet. Und dieses Vertrauen reicht aus, an diesem letzten Tag vor Gott stehen zu können. Und das ist mit gute Nachricht. Das ist Evangelium. Ich setze mein Leben in diese Welt ein. Für Gottes Reich. Ich möchte, dass Gottes Reich sichtbar wird in dieser Welt. Ich möchte Gott gehorsam sein. Ich möchte gerecht handeln. Ich möchte ihm vertrauen. Und mein Leben auszurichten, weil ich weiß, es gibt tatsächlich auch diesen letzten Tag, wo ich vor Gottes Thron trete, wird und er mein Leben anschaut. Und dann steht die Frage, habe ich auf Jesus vertraut oder habe ich nicht Jesus vertraut? Diesen ersten Vers, der als Grundlage ist, trachtet zuerst nach Gottes Reich, heißt, so wird euch alles andere hinzufallen. Und was es bedeutet, dass alles uns hinzufällt, heißt bestimmt nicht, dass es uns immer gut geht. Jesus sagt selber in der Bergpredigt, selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen sogar verfolgt werden. Denn erst das Himmel reicht. Wir können sogar benachteiligt werden, wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Auch das ist alles hinzufallen. Aber was Jesus meint, ist wirklich, dass wir dann vor Gott gerecht gesprochen werden. Dass Jesus für uns eine Gerechtigkeit hat, die vor Gott gilt. Und das ist die Pointe. Und deswegen finde ich es so wesentlich für uns im Alltag, wie treffen wir unsere Entscheidungen. Wie fülle ich diese 24 Stunden am Tag aus? Was sind die Siebe, die ich verwende, um Dinge rauszunehmen, die nicht zum Ziel führen? Und zu sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dienen das, was ich jetzt vorhabe, diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, dienen dem Reich Gottes. Dass Gottes Liebe groß wird in dieser Welt. Und dienen diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, der Gerechtigkeit. Werden Menschen gerecht behandelt? Wird Gottes Liebe dadurch sichtbar? Und dann treff deine Entscheidung. Füll deine Zeit mit diesen Entscheidungen. Und jetzt kann man sagen, ich kann nicht jede Entscheidung so prüfen. Also kann man nicht. Alltag ist schwierig. Wenn ich dusche gehe, wie soll ich jetzt fragen, was dient dem Reich Gottes? Ich glaube, da kann man auch kindisch werden dabei. Aber man kann natürlich auch mit dem Wasser dementsprechend umgehen. Wenn ich sage, Reich Gottes ist ja seine Schöpfung. Dann kann ich selbst in solche Punkte darüber nachdenken, was dient Gottes Schöpfung. Und selbst dann wird Gottes Reich sichtbar. Manchmal, ja, es sind profane Dinge, wo ich sage, okay, das ist jetzt relevant. Aber es gibt so viele Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, die relevant sind, wie du sie triffst. Und wenn du dieses Sieb anwendest, wird zu diesem Hane was Gutes rauskommen. Meine Zeit ist um. Ich habe euch noch ein Gebet zum Abschluss. Ich habe das gelesen und denke, der ist ein bisschen holprig vom Text her. Aber das passt zu diesem Thema. Und deswegen möchte ich das am Ende jetzt einfach noch vorlesen. Nicht ich. In einer Welt aufgeblasener Nichtigkeiten erstaunt deine Nichtigkeit. Wo ichlinge groß sein wollen, wirst du ganz klein. Wo jeder der Erste sein will, liebäugelst du mit den Letzten. Wo die Ungeduld drängelt, hast du Zeit zum Spielen. Wo jeder Gehör finden muss, spendest du Stille. Wo wir uns beweisen, lässt du dich in Zweifel ziehen. Wo Säbel rasseln und Stiefeln poltern, kommst du barfuß daher. In dieser Nichtigkeit bist du unnachahmlich. Du selbst versöhnst mich mit meiner Nichtigkeit. Nimmst mir die Angst vor dem Sturz ins Nichts. Schwerlos macht mich das. Es entkleidet mir in deiner Umarmung meine Ungehaltenheit. Ich in dir, du in mir, nicht ich mehr, aber gehalten. Amen.